Finnlands erste schwimmendes Flüssigerdgas-Terminal hat im südlichen Hafen von Inko festgemacht. Exemplar soll Flüssiggas zu Gas umwandeln, welches dann in das finnische Energienetz eingespeist werden soll. Das Land ist seit Beginn des Kriegs in der Ukraine von russischen Gasimporten abgeschnitten. Das massive 291 Meter lange und 43 Meter breite Terminal, das Anfang Dezember von Gibraltar aus in die Ostsee fuhr, hat eine Kapazität von 68.000 Tonnen LNG. Es soll Anfang 2023 einsatzbereit sein. In Europa setzen auch andere Länder auf diese Flüssiggas-Terminals, um ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Erst im Dezember hatte im deutschen Wilhelmshaven das erste Flüssiggas-Terminal seinen Betrieb aufgenommen. Fünf weitere schwimmende Terminals sollen im Laufe des Jahres folgen. Deutschland war zuvor zu 55 Prozent von russischen Gasimporten abhängig. LNG war zuvor vor allem für die europäischen Länder wichtig, die nicht über große Pipelines mit Fördergebieten in Russland, Norwegen oder Nordafrika verbunden waren.